Ich hab halt wirklich absolut nichts außer die... Felix, da ist mit dem Motorrad hinter uns. Das ist einer, den hol der. Töten umbringen. Der ist mit dem Motorrad. Der ist mit dem Motorrad. Genau, dass du in meinen Schuss fährst und jetzt ist der Reifen weg. Der ist mit dem Motorrad. Wir fahren weg, komm. Wie denn? Ah Junge. Du stehst, du bist zu einem. Jetzt fährst du genau über den Schuss, wo ich mich finishen will. Jetzt haben wir einen Reifen mit dem Motorrad. Ich hätte den M16 nehmen sollen, aber egal. Ja, die Tür drüben. Und Türen abschließen. Oh, leck, leck. Beallt euch. Ja, ich durch. Auto. Lagerhalle. Lagerhalle angehalten. Felix, komm hoch. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Chill, chill, chill. Du bist so ein... Links von der Lagerhalle piekt einer. In der Lagerhalle ist auch einer. Ja, ich schweiß die Karate. So, Auto ist kaputt. Schön, schade. Ich hab einen Kaffee und ich lag hier. Ich hab ja die Fliege weiter. Tim, äh, Linus hat die... Autos kaputt. Ich werfe gleich mal Tür, Mann. Rechte Lagerhalle. Achso, lol, Digga. Ja, ist doch geil. Ey, das sind die, das sind die. Von der Haus, vom Haus. Weg, nochmal weg. Da kommen noch mehr. Oh, ja. Ja, da kommen echt noch mehr. Jetzt sind sie dran, der Katsamba. Drei Leute, drei Leute sind hier angehalten. Oh, ne, hier ist auf die Treppe, ist mir zu bunt. Ja, gehst du morgen, weil sie den rüberpushen wollen? Ja, gehst du morgen, weil sie den rüberpushen wollen. Aber wir haben hier nen Container, oder? Ja, damit wir aufpassen. Wir müssen nur am Camper aufpassen. Ich mach das, ich mach das im Camper. Oh, das ist geil. Keine Lagerhalle. Keine Lagerhalle. Die Tür oben ist kaputt, ne? Ja, 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 alles, alles gut. Ja, 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 alles gut. Ja, 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 ja. Ich will doch keine Ahnung. Achtung, Kanade. Geht dir was? Geht mir aus. Deiner hat auf. Den hat einen genockt. Oh, der eine wurde genockt. Buch hat zwei geholt. Ich hab im Lagerhalle fast totgeschossen. Okay. Äh, fast genockt, meine ich. Wir sind in Zone, aber nicht mehr ganz so gut. Nein. Ja, das war jetzt ein Rothoff. Achtung. Aber auch komisch, dass wir zwei Teams auf einmal kommen, ne? Ja. Granate. Achtung. Jemand schmeißt was. Das ist aber keine. Aber keine. Wenn die an der Lagehalle nicht, könnte ich die ganze Zeit abschießen, also nicht die ganze Zeit, aber... Pass auf, geht's am Camper, pass auf am Camper! Die trauen sich nicht wegen denen aus der Lagehalle. Einer wurde genockt vom Molotow, aber das ist nicht bei uns, glaube ich. In der Lagehalle, Achtung! Ja, bei uns in der Garage ist einer. Habe einen genockt an der Lagerhalle, hinten links. Schön. Der wird kein Tirehelm mehr, glaube ich. Einer hält sich bei uns in der Dings. Ja, da hat der Typ in der M249 oder was der da hat. Ich wurde vom blauen Container, glaube ich, angehittet. Vom blauen Container ist er einer, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Habe ich unten einen Ring genockt. Ich wurde aus 120 angehittet. Ich guck mal kurz nicht mehr auf den Container. Äh, auf den... Wollen wir jetzt wieder. Hinten kommt ein Auto auf 115 noch. Ja, das hat nämlich nochmal geleckt. Oh ja! Ja. Oh, die fangen aus. Ja, ich hab geschossen, dann würde die herkommen. Oh ne, die fahren weg. Die haben zwei M249. Ich hab' nicht gefangen. Oh ja, die werden wohl nie Probleme kriegen. Ich hab' nicht mal an. Ja, hinten am blauen Container, am Bulldog. Der ist wieder rechts hinters Häuschen gelaufen. Okay. So ein weißer. Weiß ist der. Angezogen. Ja, am blauen Container. Er noch pusht jetzt vor. Jeep. Die wollen Slot. Okay. Ja. Fahren weg. Das war unser Auto. Fahren vorne hin. Wo sind die hingefahren? Vorne, an die Hütte hier direkt. Neben dem blauen Container. Auto? Die fahren. Das sind die. Die pushen her. Nice. Solche Opfer. Hahahaha. Hahahaha. Deo, was legt dieser... ...Typ? Jihihi. Okay, klingt laut. Ich bin so geil. Jihihi. Ich bin so geil. Komm auch rein. Ich hab jeden kill geklaut, den er gelockt hat. Dann hat er gekillt. K�ile. Unten sind... Unten ist noch einer. So geil. Alter, der Team steht auf Süden. Pass auf, die schießen von Süden. Von 175. Süß. Aber sie sind nicht mehr gut in der Zone, gell? Nee, das stimmt. Ich glaub im Backsteinhaus sind welche. Ja im Backsteinhaus ist einer. Einer legt die 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. Ich schmeiß Granate. Der läuft. Der ist wieder am weißen Haus hinten dran. Ich schmeiß nur eine Granate. Hinterm blauen Container ist einer. Oh Digga du hast ihn gerade gestealt aber egal. Alles gut. Hat er einen genockt hier? Am Campingding der da unten geschossen hat? Weil das ist doch ein weißer gewesen. Ja eigentlich hat er den genockt ja. Ich hab auf 210-2 genockt. Noch 60 Schuss. Hey Nachlater. Der schießt nach. Oh da war ein Stein. Am Baum. Der Baum macht 205. Da hast du 2 genockt. Okay. Ja egal. Jetzt ist zu schwer. Ich hab nochmal gehittet. Übelst blau. Wo? 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 Einer ist genockt von uns. Alles gut. Hast du gefinished? 2.30. Ja gefinished. 2.30 läuft einer zum Baum hin. Linus. 2.30. Der muss krass in die Zone. Deswegen hat er so Probleme. Okay. Okay. Oh ja. Direkt hier. Nice. Einer ist irgendwo noch. Im Haus. Okay. Ich balle auf den Benzinkanel. LOL. Oh mein Gott. 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 Wir müssen jetzt runter. Wir müssen jetzt looten. Wir müssen jetzt looten. Ich muss looten. Ich muss looten unbedingt. Gehen wir runter. Weißt du die M249? Mach ich. Mach ich. Deswegen hab ich den Kanister stehen lassen. Digga. Ich hab's dir auch gedacht schon. Ich nehm dir auch. Naja Digga. Die hab ich's genommen. Sorry. Egal. Ähm. Ich probier mal. Schnell machen. Ja. Ich glaub schon dass die zu viel sind. Glaub ich auch. Hätt's dir keinen so gemetzel gegeben. Der eine geht aufs Tal hoch. Die könnten wir aber eigentlich holen. Ja. Weil der schaut sonst so kritisch zu mir. Wollt er eine Karte zu mir geworfen. Sollen wir schießen? Ja. Aufschnell runter. Ist unten. So unten. Ich zieh mal. Was machen aus? Ob schon gön. Gön Bruder. Ah Digga. Wir müssen irgendwie einmachen. Am besten. Mhm. Dann muss ich wieder einmachen. Ja. Warte bei mir. Oh mein Gott. Oh Gott. Lol. Jetzt müsst ihr aufpassen. Einer muss gucken. Und einer muss holen. Ich guck. Ich guck. Der eigentlich. Man sieht nichts. Ah doch einer ist rausgejumped. Das war fucking Kobe Bryant. Nee, die jumpen da noch. Jetzt krieg ich jetzt zurück. Achtung! Die schmeißen... Die schmeißen alles her, alter. Die schmeißen alles her, alter. hier ist schon einer der weiß wo ich bin hier links bei mir ist einer soll ich schießen ja ja du ziehst auch ich hab auch einen genockt einer noch wo ist der timmann aber ich habe einen genockt ich habe einen genockt am baum ja mal kappel mal her ja finish die mal nein digga am baum ist noch einer genockt ja rechts auf 220 und wir müssen weiter rechts felix oder 230 oder so ja genau an dem baum da habe ich einen genockt zone kommt oh ja ja hier am baum hits geschlecht noch einer hier am baum am baum ist noch einer ein baum hier ja 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 ich habe nichts gesehen ich habe nichts gesehen aber wenn sie leben auch wenn sie auf m2 vor nein digga wo ich bin auf der spawn-insel ich bin auf der spawn-insel